Herzlich willkommen zur zweiten internationalen Klimakonferenz in Berlin und mein Name ist Wolfgang Müller. Ich bin vom Institut Unternehmerischer Freiheit und wer das Programm studiert hat, sieht, dass es eine Kooperationsveranstaltung ist vom Institut für Unternehmerischer Freiheit, auch EUF genannt, von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, von Center for the Constructive Tomorrow, C-Fact, vom Haus der Zukunft und nicht zu vergessen vom Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE. Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung einen solchen Zuspruch gefunden hat. Sehr viele Leute wären auch noch gerne gekommen, denen wir eigentlich seit längerer Zeit nur noch Absagen oder Warteliste, Vertröstungen schicken konnten. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir einigermaßen noch den Raum füllen konnten. Nein, Scherz beiseite. Wir waren sehr viele Leute auf der Warteliste. Wir hatten uns schwer getan, dann wirklich vier oder fünf Leute, die aus dem Ausland kommen wollten, abzuwenden. Also hat uns bestätigt auch und dann komme ich schon mit dem, was wir einem im Schluss sagen könnten würden. Wir spielen mit dem Gedanken, nächstes Jahr die dritte internationale Klimakonferenz zu machen. Aber das ist vielleicht jetzt noch verfrüht zu sagen. Ich möchte Sie wirklich sehr herzlich willkommen heißen zu einem Thema, das glaube ich schon ein bisschen kontrovers ist. Zu einer Veranstaltung, wo uns sehr bewusst ist, dass mit neun Referenten in einem halben Tag das nicht das didaktische Optimum ist. Dass man das auch anders machen kann, hätte können, aber wir wollten dann nicht, als wir dann die zusagenden Referenten haben, sagen, ach nein, die zwei, die brauchen wir dann doch nicht mehr. Und wir bitten deshalb alle Referenten inklusive Zuhörer, sehr diszipliniert zu sein bei den Fragen, sofern wir die Zeit dann immer noch haben, wirklich Fragen zu stellen und möglichst keine Co-Referate. Und dass wir also da sehr strikt auch sein müssen, weil wir sonst überhaupt nicht mehr Zeit kommen werden. Aber ich möchte jetzt nicht nur jammern und meckern, wie alles so furchtbar und schlimm ist. Ich bin sehr froh, dass alle Referenten, die zugesagt haben, auch welche gekommen sind. Ich meine, es ist schon toll auf dem Zeitraum, neun Referenten und alle sind auch da. Wir haben eine kleine Programmänderung gehabt, das haben Sie auch gemerkt. Und wir haben draußen noch, für die, die früh gekommen sind, von Professor Linzen, der ursprünglich auch auf dem Programm war, eine Publikation, einen Bericht auf Deutsch ist das von ihm, ein Aufsatz von ihm, der beim Schweizer Liberalen Institut erschienen ist. Wir haben also genug Kopien da draußen, dass jeder sich eine noch nehmen kann. Und es ist auch immer ein Programm, liegt draußen, also der Ablauf der Veranstaltung mit, was auch nicht minder wichtig ist, den Kurz-Kurz-Biografien der Referenten. Ich rede jetzt immerhin sehr viel, weil ich nachher sehr wenig sprechen werde. Ich werde die Veranstaltung zusammen mit meiner Kollegin, Frau Dr. Brigitte Pötter vom Bund Freier der Wissenschaft moderieren. Und da muss ich noch diese Anekdote loswerden. Das erste Mal, wo wir zusammen gearbeitet haben, wo wir uns auch, wie ich erst mal gesehen habe, war im Jahr 2005 bei einer Klimaveranstaltung, die wir zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung in Gummersbach gemacht hatten. Wir hatten damals sieben Referenten und von Freitagabend bis Sonntagmittagzeit. Also man kann alles immer ein bisschen anders auch machen. Das Optimale, was es ist, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Das Optimum, wie beim Klima wahrscheinlich. So, jetzt habe ich den Einstieg gemacht. Ich habe bestimmt wichtige Sachen vergessen, wie zum Beispiel, dass wir die Pause ein bisschen vorziehen werden. Wir werden um 17.45 Uhr, sofern es irgendwie klappt, in die Pause gehen, eine halbe Stunde früher, um das zu entzerren. Und um 21 Uhr planen wir dann hier aufzuhören, damit dann die, die noch da sind, zum Buffet gehen können. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet auf Video und mit dem Originalton, also dem gesprochenen Ton. Und ja, das ist eine andere Geschichte. Wenn wir dann alles überarbeitet haben, wird es irgendwo im Internet, auf YouTube zu sehen sein oder als DVD. Und an der Stelle möchte ich jetzt übergeben an meinen Kollegen, dem Präsidenten des Europäischen Instituts für Klima und Energie, dem Dr. Holger Tuss, der Sie ebenfalls noch herzlich willkommen heißen wird, einige Takte zur Veranstaltung sagen wird und dann in die Veranstaltung einführen wird. Herzlich willkommen.